Dragonbatch da drauf, das wir ja auch haben. Schön den Dyson für 1000 Euro. Ich hab wieder vergessen, dass das ja ein Schiss ist, aber ich hab weh gedrückt. Geil, ne? Nö. Ja. Er ist sie. Pass auf, Treppel. Nicht? Doch. Kann man mit der ruhig machen. Übermütig werden. Und ich glaub wir haben auch mal ein vernünftiges Team hier, unglaublicherweise. Ohhhh. Fuck. Oben. Aufm Balkon bei denen. Wieso hat er Bravo eingenommen? Was soll das? Ohhhh. Ohhhh. Oben sitzt. Oben auf dem Balkon, links sitzt noch einer. Oben. 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 Um. Ober. Oben. мой. Oben. Oben. Ohhmmm. Hauber. Der ist mit dem Werfer. Der ist mit dem Werfer. Der ist mit dem Werfer. Er schießt immer mit dem Werfer aus dem Fenster hier oben. weil sie da einfach mal mit zwei leute drauf ich bin da er wieder mit seinem werfer im fenster da der lauf jedes mal da ist noch eine peter sehr gut Ja, ich geh den. So, im Moment keiner. Ja, obwohl die... Ich mein die sehr akkurat, aber... Das ist Krieg. Ah, Hauptsache du bist mit deinem Werfer unterwegs. Sag mal! Bin ich echt so doof? Okay, ich bin bei A gespawnt. Hat dir nicht gefallen. Ich bin bei Alpha. Feind an 10 eingenommen. Wir erobern B. Da gesichert. Autorisiere Start an den Spionerschutz 9. Irgendwann keiner ist. Hast du ihn Treppe? Ja, hab ich. Ja, ja, bin dabei. Nein. Oh, ja! Hab sie. Oder nee, ist so. Noch nicht. Feindliche Spionageflugzeuge über euch in Position. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Ja, hier steht er um die Ecke, ey. Was stimmt denn bei dir nicht, ey. Und warum liegt hier eigentlich keiner C ein? Muss ich ja alles alleine machen. Was ist denn los? Wir verlieren Charlie. Feindliche Spionageflugzeuge im Anflug. Och, kommst du jetzt wieder von da? Wir erobern A. Wir verlieren D. Zwei von links. Links Maschine über rechts. Oh, du... Was stimmt denn da nicht, ey. Ja, das hab' keinen Leiden. Das mal weg. So, mein Geschütze im Arsch. Was macht... Oh, was macht denn mein Mate, ey. Der geht mir jetzt schon wieder auf den Sack, ne? Wieso ist hier schon wieder um Camp? Sorry. Wieso verlieren wir A? B, kommen sie links. Wäre schön, ne? Keine Mundi! Facka, ey. Keine Lust da dreißig mal zu B zu werden. Er nutzt aber nix. Boah, hat er uns beide, ey. Können fotzen. Krass. Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Glauben sie mir. Ah, da steht auf eurem Geschütz ganz links. Knapheim B, Achtung. Kommt dann hin zur A. Oha. Das hat noch mal was gebracht. Wo ist die Truse hin? Die läuft grad zu A. Ja. Die läuft zu A von links rüber. Hab ich. Das Missionsziel ist zum Greifen ab. Bringt es zu Ende. Wie ist die Übung hier? Wir verlieren B. Artillerie B, Achtung. Oh, hat so gar nix gebracht. Danke. B hab ich. Wie hier hat der... Wie hier hat der... Wie hier hat der... Jager bratscht. staffinger grofern?